Ich, Harald Schmidt, die einzig wahre Autobiografie, wenn man so will. Geschrieben, erdacht und auch noch vorgelesen im Fond eines echten Jaguar. Das ganze Leben, das ganze unfassbare Leben von Harald Schmidt, geschrieben von mir, für Harald Schmidt. Jetzt müsstest du eigentlich nur noch sagen, Harald, dass die das unbedingt kaufen sollen, damit es am nächsten Tag schon geliefert ist. Nee. Schade. Vor dem Kommunikationsunterricht. Komm, dann lies Kommunikationsunterricht, die ich den Leuten jetzt schon fünfmal erklärt habe. Ich musste dann, ich bin einfach Evangelist, kriege ich nicht über das Wort Kommunion. Das will ich nicht. Okay, ich mach's aber für dich mal. 20er extra.